Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Operation wie geplant fortsetzen Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert Wir müssen sie abschalten Schicken wir es jetzt unseren AT-AT an Die Rebellen haben die Uplinkstation Ein feindlicher Bomber hat unsere Kampfteurer als Ziel erfasst Die Rebellen haben die Uplinkstation Die Rebellen haben die Uplinkstation Feindlicher Uplink deaktiviert Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-18 als Ziel erfasst. Die Rebellenschiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Wir haben Ihren Abblick deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. Die Schilder des Kampfläufers sind ausgefallen. Verteidigt ihn! Wir haben Ihren Abblick deaktiviert. Das müsste Ihre Bomber aufhalten. Die Rebellen haben die Abblickstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Rebellenablink deaktiviert. Die Weiter-Nacht-Plan. Der Antrieb des Kampfläufers ist beschädigt. Der Antrieb des Kampfläufers ist beschädigt. Dring die Rebellen zurück! Die Rebellen haben Wybing-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Ablinkstation deaktivieren, um Ihre Bomber zu stoppen. Rastrutor! Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Die Rebellen haben die Uplinkstation übernommen. Sie müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Wir haben ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Die Rebellen werden die Uplinkstation aktiviert. Die Rebellen haben die Uplinkstation. Die Rebellen haben die Uplinkstation. Die Rebellen sind die Uplinkstation des Uplinkstationen. G.A.T. on. G.A.T. on. G.A.T. on. Der E.T.A.T. muss nicht mehr lange beschützt werden. Der Schildgenerator ist gleich wieder online. Der Schildgenerator ist gleich wieder in der Schildgenerator. Der Schildgenerator ist gleich wieder in der Schildgenerator. Der Schildgenerator ist gleich wieder in der Schildgenerator.